Hallo, mein Name ist Michael Peetsch und ich bin Produktmanager bei HZ. Heute stelle ich euch das Kombi-Meißelgerät mit Vibrations- und Hammerfunktion vor. Das Grundgerät 9035VH ist schlank, komfortabel und flexibel. Durch simples Drehen des Einstellrades unterhalb des Griffes könnt ihr zwischen Vibrations- und Hammerfunktion wählen. Die Einstellung erfolgt in neun Stufen bis hin zu 2600 Schlägen pro Minute. Die verschiedenen Meißel lassen sich außerdem dank des praktischen Schnellspannfutters unkompliziert wechseln. Bei vergleichbaren Geräten werden die Meißel oftmals mit einer anfälligen Feder eingespannt. HZ bietet das Grundgerät 9035VH in Kombination mit dem Vibrations- oder dem Hammer-Meißelsatz an. Dabei eignet sich die Vibrationsfunktion besonders gut zum Lösen festgerosteter Verschraubung, während die Hammerfunktion er fürs Probe ist. Beide Sätze werden in einem komfortablen Kunststoffkoffer geliefert. Der Vibrationsmeißelsatz enthält vier verschiedene Meißel. Den halbrunden und den runden Vibrationsmeißel sowie einen 3,8 Zoll bzw. Halbzoll-Vibrationsmeißel, die jeweils über die Sechskantaufnahme verfügen. Die beiden letzteren lassen sich gut in Kombination mit Steckschlüssel und Ringschlüssel verwenden. Der Ringschlüssel wird auf die Sechskantaufnahme gesteckt, der Steckschlüssel auf den Vierkant des Meißels. Während der Meißel vibriert und so den Rost löst, kann die Verschraubung mit dem Ringschlüssel betätigt werden, bis sich diese lösen lässt. Der Hammermeißelsatz enthält fünf Meißel. Den Flachmeißel, den Blechtrennmeißel, den Spitzmeißel, den Niedtrennmeißel und den Kurventrennmeißel. Hier ist der Name Programm. Die Hammermeißel werden für verschiedene Trennarbeiten verwendet. Mit dem Blechtrennmeißel lässt sich beispielsweise hervorragend Blech von Verkleidungen oder ähnlichem trennen. Der Werkzeugsatz lässt sich optional um den Meißelhammer oder Vibrationshammersatz ergänzen. Clever mitgedacht von HZ. Ein Grundgerät mit zwei Funktionen. Ihr könnt einfach die gewünschten zusätzlichen Meißel hinzukaufen, denn die Aufnahme ist passend für alle Arten von Meißeln, sowohl für Rund- als auch für Sechskantaufnahme. Flexibilität wird hier groß geschrieben. Mit den Meißelhammersätzen von HZ seid ihr den verschiedensten Aufgaben gewachsen. Aufnahmeein.